Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft skyworld und ja mit dabei ist der melon joshi hallo und wir werden heute wieder ein bisschen ressource farmen und das haus vielleicht auch ein bisschen umgestalten ja der melon joshi hat auf screen wieder was gemacht ich kann nichts dafür verurteilt nicht verurteilt ihn ja was dann ist das schon die ganze zeit so dass diese wolke und er hat in so einem crossbow glaube ich gekraftet uns so ein fliegendes tier gezähmt wenn ich das so richtig verstanden ja ich werde heute noch mal ein bisschen mein für ein bisschen ressourcen und ich will das haus vielleicht ein bisschen upgraden ja was in der letzten folge passiert ist in der letzten folge haben wir so einen komischen typen gewonnen namens ja genau der hat gerne jedenfalls weiter ihn nicht mehr und da ist von der klippe gesprungen und ja wenn wir mal hier so ein bisschen essen mitnehmen und und da brauche ich nicht noch was im ofen ja und edison hat auch immer noch was zu verschweigen aber okay zu dem zeitpunkt durch gerade die folge die zweite folge rendern und ich tue dann nach dieser folge die dritte folge schneiden damit so weit damit ihr schon mal so bescheid wisst wann 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 das seid ihr eigentlich doch auch so böse anscheinend nicht ja wo ist denn die kleinere kleine inseln hier was sie doch schlicht aus ist eigentlich nicht wieder seine riesengroße müssen die höhen hier immer so riesig sein ich habe gehört du tust augen gerade meinen ja ich habe schon wieder solche neuen pilzen park schwimmen was ist ein park schwimmen was wir übersetzt man einen park schwimmen sehr interessant gibt es denn hier irgendwo eine neue erzüge wenn man hier also findet und wenn ich bin wenn ich bin nicht weiß sein wenn mir ging ist denn hier was überhaupt nichts stimmt hier gibt es ja noch dieses komische kann man das mit pick up und wird man das getter glas das kann man mit getter glas und eigentlich machen ich nehme es mal mit armbrust preise was so was wird nützlich hinten ist eistern habe ich gehört kann man was was bist raus passen irgendwie nicht mal mit scheine mich ganz gut auszusehen alter wie verreistung ist neue kohle oder was oben ist nichts hier was ist wenn man jetzt sicher kommt man ok also dann kommt man wieder zum eingang schön ich ja eigentlich hier schon außerdem wollten wir ja irgend so ein pfiff von dir für dich suchen ja auch so genannten wie wir gestern erfahren haben ist so genannte geta ja gibt es ja halt auch keine luches oder so dass das ich nehme jetzt mal so einen stein mit die kann man gar nicht mitnehmen kann man nicht auch wieder so wüste du sagst man findet das in einem anderen biome was dieses komische tier ja ok dann gehen wir erst mal noch mal ein bisschen nach unten dann suchen wir das aber ich weiß halt nicht wie weit die insen hier entfernt sind warum ich keine sounds ab ich habe keine ahnung fragt mich nicht vielleicht sollte ich mal die sprache aktualisieren habe ich denn jetzt sonst so wie es aussieht nicht doch habe ich sie sprache aktualisieren dann geht das ja also die spitzhacke ist jetzt nicht unbedingt geil so langsam ich kann wahrscheinlich alles abbauen aber die ist trotzdem langsam es wäre sonst geta glas es ist auch einfach wie normales glas kann ich mich jetzt auch in die kühlen verteidigen ich habe es wahrscheinlich auch in zwei langen okay also muss halt überhaupt erst mal eine höhe finden was drin ist jetzt ist es dunkel ich habe so ein altar stellen bei mir also ich habe sowas gekauft hat warum weiß ich warum warum wirst du schon in der entwicklung wieder mal vollkommen vorne als ich miese zeige auf dem sand geht es ja nur solle tp ist du dich einfach jetzt war das ist nötig auf diese aber schaffst du doch auch niemals aber alles auch sind blaue wolken und sie haben spezielle effekte das sambrosium das schaffst du mich die bin bis ein schlecht ich kann weiter ja auch manchmal in dem einträgen ein schnee bio so bei traderman ich brauche eine leine für das vier gibt es hier leine mit einem slimeball äh was was heißen was heißen leine auf englisch ich weiß es gerade gar nicht mehr klein glaube ich oder so ne das was was anderes wie heißt denn das google ja ich muss ich muss mal googeln der google verrät vieles ich habe keine ahnung mehr meine hallo wir schreiben kleine deutsch es ist doch nicht wo wo ist das seil wie ist denn das ich bin das meine ja okay du hast du schon verlassen ja 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 lied lied heißt das ah ne gibt es nicht hä wie wirst du das ding dann nach hause verfrachten weiß ich ne ist die gute frage ist die gute frage okay alles gut wollte ich auch nicht mitkommen eigentlich nicht was machen wir denn dann diese folge noch was machen wir denn dann diese folge noch ausbauen aber jetzt ich will irgendwie so nägel haben aber wie krieg ich das jetzt nach hause das ist halt eine gute frage das ist eine riesen höhle aber nichts da nichts keine rohstoffe ist ja nichts ich finde gerade mal am brosium und du warst du bist doch etwas ja ja aber von am brosium habe ich genug kann man dann von am brosium noch was anderes am brosium nö ja brosium ist ein brennstoff hier so ich weiß aber ja kann man dann kann nichts daraus anders machen hm schau ist so viel am brosium ey ich nimm das zeug nicht mehr mit ah hier endlich mal zernit das brauche ich für meine rüstung Hilfe da ist nichts mehr ok ist auch nichts warum ist denn hier nichts hier ist eistern das ist immer nur etwas aber wie viel groß gibt es hier denn ohr gold blablabla ist logisch am brosium eis sanit arcanium gravitate jetzt lead achso nö das ist passern aus ok so viel es ist auch dunkel wie es ist auch dunkel wie ich gehe nochmal hier runter sehe überhaupt nichts danke dafür ich sehe wenn ihr jetzt überhaupt nichts sehe ich sehe genauso wenig ich weiß dass bei youtube immer noch so viel weniger ankommt also ihr müsstet vielleicht überhaupt nichts äh ich gehe wieder nach hause hier gibt es nichts mir gibt es auch nichts was artiges auf dunkel gemacht düster wo kam wundert dass ich nichts sehe kann wundert dass ich nichts sehe sieht man ein bisschen mehr äh, das Schwert, was du zur Zeit besitzt. Was ich gerade... Leute, Eis-Axt. Eis-Akt, ich kenne das Wort. Alter, ist hier eine fette Höhle. Nichts drin. Nichts, absolut. Ah, Tanit. Das Schwert, was ich bereits besitze, okay. Oder halt Nanosaur. Was, Nanosaur? Achso. Ja, von der Industrie-Kraft. Aber mit der kann man halt nichts machen. Ne, das stimmt. Ambrosium hier auch erst mal. Frank. Ich brauch nicht... Ich brauch kein Ambrosium. Ah, hier ist Tanit. Eine Eistung. Okay, ich komme auch, ähm... So geht's natürlich auch. Ich bin noch nicht zu Hause. Hä, man kann Holy Stone... hatten? Was kommt denn da raus, wenn du Holy Stone? Holy Stone? Was ist Holy Stone überhaupt? Ja, das... Agioside. Das ist ein Agioside. Ah, damit kann man ein gutes Zeug machen. Finde ich ein Eis. Finde ich ein Eis. Ich nehme diesen Eisstein. Für das Bauen. Alter, ich höre hier die ganze Zeit... Irgend... Soll ich Schweine oder so verrecken? Das verreckt gar nicht. Das ist einfach nur von meiner Haustür. Das ist verrückt. Warum sind denn da so viele Schweine von meiner Haustür? Ich wohne nicht. Gibt's denn hier irgendwas... Irgendwas interessanter, oder? Ja, aber auch keine Möbel, oder so, ne? Weißt du, was hier gut ist? Was? Keine Creeper. Das stimmt. Mist geht ja hier in die Luft. Ja. Okay, ich habe meine vollständige Rüstung. Oha, wie sieht die denn aus? Warum bin ich auf einmal ein Alex-Skin? Keine Ahnung. Oder? Ist das bei mir genauso? Ja. Alles klar. Aber das sieht mir nichts aus. Würde ich mir noch so eine Axt machen? Und so eine Schaufel. Bin ich voll ausgerüstet bin. Was braucht man denn noch? Wir haben ja vielleicht sogar einen Gravitide-Sword machen, ne? Weil das schneller ist. Und es ist... Ja. Und dazu sind halt diese... Okay. Warte mal, dann mache ich mir noch so ein... So ein... So ein... So ein Schild, oder so. So ein richtig geiles Schild. So ein Schild. Wüsste ich, glaube ich, sogar machen können. Ja. Und... Ich mache mir noch so ein Crossbow. Ja. Bam, bam, bam. Zack, 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 und zack. Ja, ich habe einen Crossbow. Wie macht man jetzt und welche Pfeile sind das jetzt? Crossbow-Pfeile sind los. Die heißen vielleicht Cross... Achso. Jetzt Schluss 1. Das geht ab hier. Ähm... Ähm... Das ist... Diese... Diese... Diese Dinger... Wenn man ja eigentlich sehr, sehr... Hier... So... Das reicht, denke ich. Ähm... Stick und ne Feder. So, da kann man... Alle beliebigen... Wider nehmen. So, 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 und... Habe ich erst mal 16 Pfeile. Gut, okay. Ich würde sagen... Äh... Mit unserer neuen Ausrüstung... Das kann ich ja schon einmal warten. Mit unserer neuen Ausrüstung... Ich soll mal sagen, wer ist das für diese Folge gewesen? Meloni-Aussee. Ich würde nochmal... Zäh... Brennen... Und... Gucken wir mal an. Sind nämlich wunderschön aus. Auch wenn meine Rüstung nicht so ganz mit meinen Tools übereinstimmt, weil ich... Akenium... Äh... Tools habe und... Also hauptsächlich und... Zahnidrüstung... Aber egal. Wo bist denn du? Hä? Wo bist denn du? Hallo, bist denn du? Äh... Ich will gleich... Zu mir nach Hause. Okay. Ich muss nur kurz mein Haus suchen. Ah, da ist es. Dann würde ich sogar sagen, wer ist das für die Folge gewesen? Ah, moin. Stimmt, es gibt ja dann auch noch so andere Dinge. Guck mich mal an. Guck mal hier hoch. Sehr, wie wunderschön für uns. Ja. Danke. So, da kann man hier ja auch noch so, 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 so ein... So anderes noch ein Equipment haben. Ja, ich würde sagen, damit wäre es das auch für diese Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Äh... Ja, diese Folge war ein bisschen anders und ein bisschen... Hey! Hey! Ein bisschen wenig ist passiert, aber... Ja, aber okay. Es wird's in den nächsten Folgen besser. Ich beige euch. Ähm... Hey! Hallo, 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 hallo. Du kannst dich ja überhaupt nicht bewegen. Hä? Ja. Mit deinem Schild kannst du dich nicht bewegen. Ach, so. Ist ja so schwer. Scheiße. Das war's für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und... Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020